PS Post Scriptum Die einen werden jetzt denken, ach, die Tanja ist halt doch eine typische Frau, will wieder das letzte Wort haben. Stimmt. Die anderen denken vielleicht, ah, vielleicht will sie mit uns anstoßen auf den Whisky. Stimmt. Und wieder andere wissen, dass es wieder ganz typisch Tanja ist, dass sie was ganz Wichtiges vergessen hat. Na, ist es euch aufgefallen? Genau, ich habe das 100. Amazing Grace vergessen und zwar total. Ich war so aufgeregt heute, als ich da auf dem Berg in der Nähe von Stuttgart gestanden bin. Und hinter mir waren so viele Leute und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was wollte ich denn spielen? Ich wollte was für mich spielen, was wollte ich für mich spielen? Ich wollte das Amazing Grace für mich spielen. Und raus kam nur noch, nehmt Abschied, Brüder, ungewiss. Aus diesem Grund spiele ich jetzt für mich und zwar nur für mich das Amazing Grace. Aus diesem Grund spiele ich jetzt für mich. Aus diesem Grund spiele ich jetzt für mich. Aus diesem Grund spiele ich jetzt für mich. Das war so ein typisches Amazing Grace. Nur für mich. Ich war in Gedanken ganz bei mir. Es war mir egal, ob die Packpack gestimmt ist oder ob ich alle Verzierungen mache. Ich habe für mich gespielt und das macht mir am aller, aller, allermeisten Freude. Ihr Lieben, es war ein Schlag. Zeit für Veränderung steht da drauf. War eine tolle Zeit mit euch. Und jetzt geht es weiter. Stay safe. Passt gut auf euch auf. Die Tanja, die in Wirklichkeit das letzte Wort haben wollte. Und wann hier abarboln benim ngày тебя sein want und dann ist das also nicht inspiriert. Und dann, wenn zusammen mit Einstein erfahren. Dann, dann всё nach vorne, dann einfach direkt Ouais. Dann das auch, dann, ähm wenn du das vielleicht doch mit saved Dos. Vielen Dank.